Ich bin in meinem Trecker drin. Ja, ich bin in meinem Trecker drin, Alter. Ja, weißt du warum? Weil irgendein fettes Scheiß-Game gejoint ist, als ich durchgetappt bin. Nein, ich hab jetzt keinen beleidigt. Und mir fehlt der LKW. Was muss ich nochmal drücken? Besitzer, keiner. Shift-R. Also rechtes Shift und R. Ach, rechtes Shift? Rechts Shift. Und jetzt? Also nur das rechte Shift. Weißt du, was ich weiß. Shift-R. Hä? Shift-R, ja, geht dran. Ihr müsst vorher alle Sachen abbauen. Nein, ihr müsst vorher alle Sachen abbauen. Hä, wie jetzt alle Sachen abbauen? Ach, äh... Wenn vorne ein Gewicht... Wenn vorne ein Gewicht dran ist, mach das Gewicht ab. Schnell, weil die ganzen Treu sagst. Irgendwas mit der Drehzahl gemacht. Wo sehe ich denn das, dass es funktioniert hat? Oben, unter F1 steht dann bei Besitzer dein Name. Äh, das hier... Ohne meinen Traktor aufhören. Äh, wo? Ja, rechts. Na, Nico, wo ist das rechte Umzeige? Mit dem Scheiß deckt man an der und kann aber irgendwie nicht ein Besitzer da werden. Rechts. Äh... Äh, ach da. Nico, okay. Hey, wieso ist das auch in die Schifffahrt? Ich bin schon wieder in die Schifffahrt. Rechte Maustaste, Herr Schiff. Ja, rechts. Ich kann jetzt, dass die Mo trotzdem noch in alle Traktoren reinjoinen kann. Einfach rein. Nein, nein. Versuch mal reinzugehen. Ich kann irgendwie meine sichern. Ey, er hat mein Fahrzeug protectiert. Okay, dein Fahrzeug gehört mir. Ich kann mein Fahrzeug irgendwie nicht sichern. So, hier hast du. Leute! Hört doch zu. Rechte Maustaste, R und Schiff. Rechte Maustaste, Alter! Oh, du! Rechte Maustaste, du! Rechte Schiff, du Mungo! Wo hast du lesen gelernt? Wo hast du lesen gelernt? Ja, da steht doch rechts, dass ich umschalte rechts. Geh mal raus, jetzt will ich noch was umsuchen. Ja. Umschalten rechts. Wie behindert bist du eigentlich? Ey! Ja, wie soll ich denn auch umschalten nach rechts? Die rechte Umschalttaste, Mädels! Schön! Die rechte Großschreibtaste. Das hätten wir schon aufnehmen müssen. Rechts ist die Hand, die dir ne Watt. Timo! Ey, Timo! Ich nehm schon die ganze Zeit auf. Ja, ich leider nicht. Ja, ich weiß, was umschalten ist, aber funktioniert nicht. Ich bin nicht, weil ich nie umschalten habe. Umschalten ist mit dem Beinfall. Nie umschalten, verstehe ich nicht. Rechts, Junge, wo ist rechts? Was links, Nico? Das ist Tab, was du meinst. Wir reden die ganze Zeit von Shift, du Eumel. Ja, Shift ist da drunter, zwei Teile. Rechte Schiff, ich! Über der rechten Steuerungstab, drunter Enter. Ich darf einfach nur drücken. Hier bin ich jetzt einfach nur drücken. Ich kam aus diesem Lass, wenn ich da rauskomme. Wieso habe ich hier Rass drin? Wir haben rechts auf der Tastatur gemeint. Hä, es ist doch rechts auf der Tastatur. Rechts auf der Tastatur? Ja, ich hab gedacht, rechts meint rechte Maustaste. Rechtes Shift. Ja, rechte Maustaste, genau. Ja. Jetzt kann halt schon die Tastatur lesen. Nico. Warum steht der Umstand statt Schiff da raus? Warum ist die Fahrer wegkommt? Aber hast du es jetzt nicht? Hast du die Informatik etwa auch eine 3? Ich hab doch gar keine Informatik. Nein, das war... Achso, okay, na dann. Aber das wird bestimmt... Es wird bestimmt eine 2. Ich kenne da die Tastatur auch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Landwirtschaftssimulator 2013. Und ja, dabei ist der Timo, der Friede, der Jan, der Nils, der Niklas und der Simon. Und vielleicht später auch noch der Omid. Und natürlich meine Wenigkeit, der Nico. Ja, viel Spaß. Wenigkeit trifft es gut. Timo? Ja. Guckst du mal Kaufmenü? Ja, was denn? Bei Keeper? Nicht Mods. Boah. Gaufst du mal einen Kröger, Agro, Liner, HKD, 302. Warte, 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 warte. Warten wir auch schon einen Besitz. Der dritte von oben. Bei Keeper? Ja, alter. Der dritte von oben. Sehr kühl, machen einen fertig. Kröger, Agro, Liner. Was ist, wenn das Rohr von dem Mähdrescher nicht über den Hänger geht und man das vorher nicht wusste? Also. Hä? Ja, der war schuld. Das ist ja genauso was mit den Mods, weil man das ja nicht weiß. Ja, aber das ist kein Bug. Ich weiß ja nicht, welchen Dröscher du hast, aber. Nein, weil ich weiß ja, nee, ich meinte ja nur, wenn ich mir den Klaas Commander holen sollte, habe ich vor mir auch einen Zweiachser, denkst du, zu holen? Meude. Hier, Nico, geh du mal bitte in Fietis Fahrzeuge und, nee, in Lauots Fahrzeuge und protekte die mal bitte. Nee. Komm schon. Du doch. Timo, ich weiß jetzt. Nein, da muss ich da ja durchzwitschen. Hätte jetzt Omid machen können. Äh, Jan, ne? Tank. Warum ist das Sauber in meinem Bildschirm? Ich hab gedacht, du hast ein Ding gekauft, denn die Saatmaschine. Baa. Hab ich auch. Simon muss seine Sachen noch abschließen. Ihr habt Lauritz. Muss mal zu Lauritz sein. Die hab ich ausgeliehen. Wir haben jetzt dank Fiete ein Mod, äh, ja, was kann man durch den Mod? Man kann seine Fahrzeuge abschließen. Was sehr schön ist. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Niklas hat seinen abgeschlossen, ich komm da nicht rein, ich kann auch nicht rein switchen. Das heißt, es muss nicht immer in seinen Kacktraktor rein. Okay, Nivo, ich lad jetzt ab. Also, ich lad jetzt ab. Muss ich aufschreiben. Ja, schön. Nö, ich kann einsteigen. Niklas, such mal eine Saatmaschine raus. Was? Okay, kannst du hier. Okay. Warte, erster Anhänger? Du sollst eine Saatmaschine raussuchen. Haben wir ein paar günstige Mods? Ne, du hast ja keine rausgesucht. Keine realistische. Und zweiter Anhänger. Komm, ich bin Nils, ich hab zwei Anhänger. Ich hab bestimmt nur die Anfangskipper da. Ja, nur die Anfangskipper. Ich hab jetzt zwei 21.000 Liter gekauft. Wie viel Geld hab ich? Nils. So, warte. Nils, ich hab jetzt zwei 21.000 Liter. Aha, cool. Du hast nur noch nicht mein Bein. Schön. So, Timo, bin fertig. Abwischen. Och nö, jetzt kannst du ja nicht selber. Mensch. Demon, hast du deine Fahrzeuge abgeschlossen? Oh Mann, ich mach nie. Ähm, nö. Nie guck, wie viel Geld hab ich. Oh, ne Ahnung. Aber sauerkacke. Wenn ich dann später irgendwann mal hier Fahrzeuge verschieben möchte oder so, ein bisschen Geist spielen, komm ich ja gar nicht in eure Fahrzeuge rein. Nicht mehr viel Geld. Warte, vielleicht seh ich dich ja nicht. Okay, ich nehm dann die Amazon EDX 6000 für 58.000. Timo? Ja? Ich will dir nichts sagen, ne? Aber uns fehlen 16.000. Uns fehlen 16.000? Hm. Wie viel Geld? Ich hab null, ne? Fuck. Ja. Dann würde ich sagen, entweder wir fragen hier irgendjemanden, ob er das Geld hat. Du schuldest noch der Bank 200.000, Timo. Äh, Nico? Ich weiß. Hat irgendwann, leitet mir irgendwann 16.000? Ja. Ja, selten so gerne. Ja, Niklas, entweder irgendjemand leitet uns jetzt ein 1.000 oder wir fehlen die Bäume von, äh, die schnell wieder weg. Ja, nur eigene Bäume zu mir drauf. Sag jetzt nicht, dass du den, äh, hier, den, äh, LKW auf dich protectet hast. Nicht gestern, keine Ahnung. Den haben wir zusammengekauft, du Witzbold. Ja, bevor der irgendwie anders reingeht. Ja, mach den mal wieder auf. Hä? Der Sinn. Ich nehme jetzt die, äh, Dings und fahre weg. Timo, schreibst du mal Preise auf, die wir abkippen? Wir auch abkippen. Hab ich noch aufgeschrieben. Nee, ich habe zuerst gesagt. Kannst du? Doch, er ist nicht mehr protectet. Äh, ich bin grad beim Kicken. Gibt die ganze Scharfe einfach auf dem Hut. Ach, und bei dir steht der auch noch drin. Nö, ich nur kratz. Ja, hab ich doch gesagt, ich fahre zu mir, weil das ein Ehr ist. Achso, ja gut. Dann würde ich sagen, holst du deinen Trecker? Wo fahren wir hin? Ja, zu Nils. Weiter. Nils, da wohnst du. Ein Trecker hat mich gerade umgedreht. Ich hab nix gemacht. Nils, fahrkönigste. Ja, ja, ja. Ohne Scherz. Ich hab nix gemacht, er stand da einfach nur und hat sich um... Pass auf, lass Holz auf. Äh, Emo, Preise. Könntest du mal einmal bitte ich sehe hier keine Punkte mehr auf der Karte. Plus mehr, ja? Nur dich, Niklas. Emo, Preise. Ähm, Timo, bei mir werde ich angezeigt, dass ich immer noch in dem, äh, in dem Ding drin bin, obwohl ich neben dir setze, auch geil. Timo, könntest du gleich bitte den, äh, Klaas Commander, der in der Nähe vom Haupthof ist, bitte zurücksetzen. Ich leg auf den Kopf und, ja. Das kostet. Hab ich reingeschrieben? Sehr lol. Was kostet das? In der Nähe vom Haupthof? Boah, alter, wie ein Gate hier. Ähm, davor auf der Straße. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Da musst du aussteigen. Ähm, Jo, bin... Hä? Bist du draußen? Ja. Der? Fast der Richtige? Ja, und der Zorn ist mir wegzudanke. Boah. Da hoch? Beinah. Äh, entweder, es sind alle oberhalb der Map, weil ich... Vorsicht, verrückwärts! Wer? Das heißt du. Und Niklas, du musst die Baumstämme auch mal wegmachen. Ne, das ist mein Tränker komplett. Welcher Hof gehört dir in jetzt? Geht mein Lüfterhort, mach du das. Ja, wie gerade in die Eile, reiß dich. Glaubst du da. Warte mal, hab ich jetzt einen Timer gestartet? Also, welches sollen wir wegmachen? Auf welchem Fall stehen die Bäume? Ähm, auf der 18. Ich fahr gerade die ganze Zeit mit genau 2 kmh. den Frontlader fahr ich da gleich hin. Du nimmst am besten Kettensäge mit, das Ding zum rausziehen. Wurzel entfernen, äh, müssen wir dann machen. Genau. Timo, ich möchte abkippen. Ich sitze gerade eben neben dir, von daher. Ich gucke mal, ob du da fährst. kannst abkippen. Boah, das könnte gleich spannend werden, Alter. Dann noch, ähm, meinen wieder hochstellen, irgendwie. Ich muss gerne. So, Leute, wegen den, okay, es sind keine Lecks, aber die FPS sind ein bisschen niedrig. Das wird sich auch beigemden. Timo. Weil ich mir eine neue Grafikkarte hole, und dann läuft das hoffentlich wieder. So, ähm, Moin Jütz! Mal wieder ein bisschen Geld investieren. Ähm, so, du holst da jetzt die gleiche, wie ich sag. Nico, du hast die erste, äh, Differenz hast du, warum ist die Tür offen? Die Tür ist gerade aufgegangen. Ja, ich bin ausgestiegen. Achso. Und wie kriegt ihr die jetzt hier? dann muss ich wieder Differenz ausschreiben. Äh, das müsste, äh, Numpad 9 sein. Kann man auch irgendwie wieder den Besitzer wegmachen, auch wieder mit, äh, Umschalt rechts und der? Äh, 7 müsste links sein, 9 rechts und 8 Motor. Alter, die, Alter, Leute, guck euch die Straße an, wie voll die ist. Bitte, wie viel fasst denn dein Hänger? 18.500 kostet aber mehr als deiner. Ach, ne, was wartet, okay. Das sieht aber geiler aus. Wo? Wenn meiner 21.000, 21.000 Liter fasst und ich kriege 12.000 Ocken und deiner fasst, äh, 18,5 und kriegst, ja, warte, ich muss hier gerade, ich muss hier gerade aufschreiben. Volle, volle, oh, ich hatte die umgewandt. Und Fiete bekommt 14.000, da stimmt doch was nicht. Timo. Was? Fiete bekommt 14.000, wenn er ein 18,5k Liter hat. Und ich habe 21, ich habe 21k Liter, also ich habe mehr Liter als er und bekommt 12.000, die erste. Ja, ich habe mehr gekriegt, das ist der Schönheitsbonus. Ey, du, ich habe die 1 zu 1 abgeschrieben, die Zahlen. Ja, dann steht irgendwas, nee, egal. Oder ist gerade die neue Stunde gekommen und die Preise runtergegangen? Äh, nein, das bist du nicht, die erste Differenz, das ist, äh, Nils, oder Jan? Nein, nee, Nils. Die zweite, das bist du und die dritte ist Fiete. Ja, ich weiß, aber irgendwie... Kann das vielleicht sein, dass eine neue Stunde angefangen hat und die Preise runtergegangen sind? Ja, wie viel weniger hast du denn bekommen? Ja, 1000. Und dabei hatte ich sogar noch mehr Lied als er. Hey Leute, ja, es kann ich finde, wir sollten mal irgendwie einen Führerschein einrichten oder so. Guck mal, wie viele wir jetzt schon sind. Die Straßen sind rund um die Uhr voll. Wir sollten langsam mal irgendwie, keine Ahnung, dass wir einen Führerschein brauchen oder so, dass wir das einrichten. Mo? Wie soll der denn kosten? Oder wie denkst du dir das jetzt? Ja, keine Ahnung, muss man irgendwie gucken. Kann man irgendwie den Besitzer wieder wegwenden? ich kann zum Fick? Ja, klar, nochmal. Äh, einfach halt. Ja, aber der Milch? Der Milch geht ja nicht weg, obwohl ich rechts umschaltend R drücke. Ich dachte, du bist schon wieder Nils, wie auf den Straßen. Du musst alle Dinge abmachen, ne? Achso, stimmt. Mich hat gerade der Milch das ja gesagt. Wo ist das Feld, was wir bereinigen sollen? Nummer 18 und könntest du kurz mal im Drecher wechseln, ankoppeln und hochstellen das Teil, also Neweer Teil. So. Ja, du, siehst du gerade, dass ich hier mit einem LKW bin? Ja, gerade erst gesehen, so. Und hier, ihr fahrt auf mein Feld, ne? Ach, Niklas, falls du die Holzsachen suchst, die sind schon bei Feld 18. Ähm, Fiete? Welche? Ich überlege gerade, was soll ich denn? Hä, Welche Holzteile? Fuck. Äh, die Fräse, der Greifer, oh, die ist auch nicht unsere. Doch. Nein. Doch. Ich hab's nicht hängengefahren. Weil, ich beschlossen hab, dass die Sachen nicht auf dem Feld rumstehen dürfen. So müsste es eigentlich gehen jetzt, oder? Oder ist, nein, zu tief ist das nicht, oder? Ein bisschen zu, ein bisschen. Und was jetzt alles da war? Dann geh doch mal raus. Ja, warte. Ja, also muss ich nichts mitbringen? Nein, bei dem Punkt, also wenn du etwas zurücksetzt, der Punkt ist, äh, bald fällt 18. Danke. Okay. Und da steht jetzt ein Gewicht, zwei Greifer, die Fräse und eine Motorsäge steht hier. Das steht jetzt auch. Nichts, was sie finden wird, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.